Nein Was gibt es denn da oben, warum Ja warum, das sind Leute im Helikopter, die... Danke Hm Ach Torvali, du bist auch... Wo ist Nuckel? Wenn ich das alles hochladen würde, dann... Mann Oh Oh Torvali, für McGill bitte kommen Mann Oh 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 Ja, ich habe doch keine Muni dabei, oder ich habe doch die falsche Munition dabei, ey Oh 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 Ich habe noch mal geholfen. Moment, jetzt brauche ich nur eine zweite, jetzt darf ich mich auch nicht dabei. Okay, jetzt brauche ich mich auch nicht dabei. Einbruch in die Sicherheitszone. Hä? Wo bin ich eingebrochen? Der ist hier mehrfach mit dem Heli geflogen. Der ist gegen mich geflogen, Digga, der ist abgestürzt. Was kann ich stoppen? Man hat hier mehrfach gesagt, du sollst mit dem Heli hier weggehen, du bist mehrfach wiedergekommen. Digga, bist du eigentlich in Kompetenz, Junge? Ne, warte mal jetzt. Ein Einbruch von Sicherheitszone. Ist er den Heli gerade geflogen? Ja, richtig, der ist gerade aus dem Heli ausgestiegen. Na dann. Ja, dann bleib mal stehen. Rechte verlesen noch, ne? Ja, genau. Ein Kollege, bleib mal hier. Ein Kollege, bleib mal hier. Ein Kollege, bleib mal hier. Aber Sie haben das Recht zu schweigen, alles was zahlen kann und wird vor Recht gegen Sie verwendet werden. Mann, Alter. Das ich kann leisten können, wird Ihnen einer gestellt werden. Haben Sie recht verstanden? Egal, das war eine Vorlesung. So, Sie warten bitte. Jetzt warten Sie doch, ey. Mann, hallo. So, ich hab... Warte, jetzt mal... Was hab... Deswegen wird Schiff... Hä? Wo, wo ist eine Sicherheitszone? Wo ist eine Sicherheitszone? Wo? Hä? Das ist die Gelände, ist Sicherheitszone. Und Sie wurden mehrfach aufgefordert, den Luftraum zu verlassen. Ja, ich geh selbst. Moment. So, ähm... Moment. Ja, ich kann selbst laufen, du Dulli, Alter. Mein Gott. So, ich rede mal. Ich rede mal. Kurze Frage. Hat jemand von euch den Heli abgeschleppt? Nein. Nein. Ja, können Sie mal bitte hierbleiben. Wen hab ich... Wen hab ich, äh... Weswegen, wenn ich jetzt mal festküsse? Wegen Missachtung, wörtliche Maßnahmen und wegen Einfluss. So, erstens... Ich hab was, wo ich... Und zweitens, äh... Krieg... Hör doch mal zu, Junge, rede nicht, Mann! Regille, lass mich rum, Mann. Mein Gott. So... Also, ich hab'n... Beweis, dass ich nicht gehört hab, dass sie mich weggeschickt haben. So, der Helikopter, warum der abgestürzt ist, ganz einfach. Der ist gegen mich geflogen, hat dann sind die Triebwerke ausgegangen und ist abgestürzt. Dafür kann ich nicht. Wenn ihr selbst... Äh, warte mal, Trovelli, Trovelli, warte mal. Ein... Ich mach sie jetzt ab. Ich lass sie jetzt los, sie nehmen ihre Maske erst mal ab. Nein, warte mal, warte mal, warte mal, bevor du dann abste... Warte, weil... Am Ende hat die Waffen. Tsch... tsch... erst mal. Lass mich mal holen, den... Den... Den kann ich erst mal... Ähm... Selbst wenn du nix gehört hast, wir haben mehrfach auf deinen Helikopter geschossen, und musst du ein Zeichen für dich selbst... Ja, deswegen... So, deswegen bin ich wieder zurückgekommen und wollte fragen, warum überhaupt... Aber... Nee, ihr seid ja inkompetent und empfarrtet... Ja, genau. Also, äh... Wollen sie einen Verteidiger haben? Ja. Okay, äh... Haben sie den eigenen, oder wollen sie den Pflichtverteidiger? Pflichtverteidiger. Pflichtverteidiger. Ja. Ich find kurz das Government einfach mal... Ich übernehme schon mal die Personenkontrolle, wenn's okay ist. Nee, das... Ach nee, das dürfen wir ja nicht. Stimmt, ja, alles klar. Ja, alles klar. Kaffee! Äh... Doch, doch, Person... Äh... Ihr Ding... Außer es ist in Lizenzen... Es ist eh kein Pflichtverteidiger da. Haben Sie irgendeinen Anwalt einen Namen? Was? Ähm... Ja, Moment... Ja, haben Sie einen... Moment kurz... Ja, Moment kurz... Ja, okay. Dann kontrollisch mal den Aus... Ja, das wollte ich grad schon machen. Ähm... Sehr gut. Aber, hä, ich check das nicht. Was kann ich dafür, wenn ihr Pilot scheiße fliegt und den Helikopter ausmacht? Und gegen mich fliegt? So... Ich hab den ja irgendwie nicht weggerammt oder sonst was. Wenn er gegen mich fliegt, fand ich auch nichts zu... Okay, ähm... Wie warst du mit Anwalt? Willst du noch Namen? Hab ich keinen... Okay, dann machen wir unangewärt. Dann... Wenn ich dich einmal durch... Hm... Okay, abgeschriebene Defibrillatorn, die sind billiger. Was? Ich hab immer... Abgeschriebene Defibrillatorn sind billiger. Kannst du... Ja. Aha. So, ansonsten... Was ist alles? Was? Du bist das người g attention im Br953. Also? Na nein, wir sind schon jetzt gar nicht mehr... Was? Dann Discord. aber so warum denn jung was seid ihr so inkompetent dicke ohne witz was ist falsch mit euch können mich gern wegen diesen illegalen die frühe dingsterbums was auch immer aber nicht wegen dem tricks helikopter weil dein kollege dumm ist und nicht fliegen kann ist nicht meine schuld so deswegen kannst du mir gar nicht ja warum wollte ich immer wieder runter kommen weil die auf mich geschossen hat und fragen wollte warum überhaupt seit jemals gesagt haben und zu weg davon habe ich nichts mitbekommen ich habe es niemals gehört und dann hat er auf einmal geschossen wollen wir dann kommen jetzt nix ja hör mir zu da wollte ich runter kommen wollte ich fragen warum ihr überhaupt auf mich schießt dann schießt ihr wieder da fliege ich weg so und dann bin ich ja noch mal runtergekommen hat die mich verhaftete ich habe ja davor gefragt warum schießt ihr überhaupt nicht was alles denn machen kann ich dir die abnehmen und dann nehme ich dir die handführein abkommst du dann nehme ich jetzt noch die illegalen gegenstehen ab das muss ich dir auch abnehmen weil du ins gefängnis gehst ja aber warum warum jetzt nur wegen den illegalen Sachen abkommst du? auch wegen missachtung wörtlicher maßnahmen ich hab's nicht gehört wo ich ihn kommt ich hab's nicht gescheiße beleidigung kommt auch dazu jungen warte beleidigung und warte beleidigung erst mal unwissenheit schützt vor strafen ich kenne sie doch das sprechwort oder der herr nirgendwo 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 jetzt kommt es etwa kommt und mit der abgabe und zu kommen als ergeben weil die hoffen die man sich als heißen werden muss man muss hoch und stimmst du nirgendwo nirgendwo ein bisschen guckt das ist perfekt bestechung kommt noch dazu hat es sich von mir fass mich nicht anders bestechung wo ist es denn tut mir leid daher das war nicht so gemeint ich bin ein bisschen ich bin ein bisschen kann ich dich mal ganz kurz sprechen ja dich also wenn wir das mit dem mit der bestechung dazu nehmen müssen wir das gericht in Kenntnis setzen und dass du bescheid weißt oder wie würdest du das behandeln mit dem koks ja trotzdem das ist schon für mich ist das schon eine sache alles das was alles das was er sagt kann und wird gegen ihn verwendet werden denke dran wollen sie koks an und dann informieren wir ihnen das vorgericht gehen so geht es nicht wissen sagen als uns gut es gibt gute und schlechte nach welchem zuerst die schlechten nachrichten ist dass wir vor gericht kommen wirst die gute nachricht ist dass wir nicht jetzt sofort inhaftiert wird sondern nachher ok aber warum überhaupt also werde ich definitiv eingehaftet oder du wirst wie das gericht entschädt aber definitiv so lange bis wir eine antwort haben und das abgehandelt ist ok ok Untertitelung des ZDF, 2020